Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Viele unserer Fans haben sich ja im Sommertransfer im Fenster noch einen weiteren Flügelspieler gewünscht und anscheinend hatte auch Hufen Schröder einen interessanten Mann an der Angel. Denn vor Ende des Transferfensters wollte Schalke den 18-jährigen Flügelspieler Jadie Gassama aus der zweiten Mannschaft von Paris Saint-Germain ausleihen. Es gab auch Interesse aus Spanien, Ude Almera war interessiert, letztendlich hat aber die Zeit wohl nicht ausgereicht. Gassama ist auch bei PSG geblieben und spielt dort weiterhin in der zweiten Mannschaft. Durchaus ein interessantes Gerücht, weil ich nochmal ganz gerne aufgreifen möchte, denn natürlich ist auch klar, wenn du so einen Spieler interessant findest und das auch gerade beim 18-Jährigen, der auch als Perspektivtransfer spannend ist, dann ist es natürlich auch sehr, sehr gut möglich, dass dein Interesse bestehen bleibt und du möglicherweise im Winter nochmal anklopfen wirst. Natürlich ist auch klar, Gassama bringt zumindest ein spannendes Profil mit. Der ist sehr temporeich, jetzt schon stark im 1 gegen 1, liefert auch wirklich gute Score-Werte in der Jugendabteilung von Paris, aber ist halt noch sehr, sehr unerfahren. Also er wäre auch nun Spieler für die Kaderbreite gewesen, sicherlich erst einmal nicht mehr, nicht weniger, aber mittelfristig kann das sicherlich spannend sein, dort nochmal anzuklopfen, um einfach so einen Flügelspieler an Bord zu holen. Das Gerücht ist ja jetzt vor ein paar Tagen aufgekommen, sprich man hat gar nichts davon gehört während dem Deadline-Day oder am Ende des Transferfensters. Deswegen kann es schon sein, dass dort das Interesse auch bestehen bleibt, denn wir sind uns sicherlich alle einig, Tempo für die Flügel kann uns nicht schaden, möglicherweise konnte der Dior nicht umgesetzt werden, weil das mit Harit sehr, sehr lange gedauert hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es auch deswegen dort nicht nochmal nachgelegt werden konnte, aber auf jeden Fall ein Spieler, der wahrscheinlich auf der Liste von Ruben Schröder steht und vielleicht auch dann nochmal interessant wird. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf! Anna Le Schalker Anna Le Schalker Anna Le Schalker